Herzlich Willkommen nach einem kleinen Hin und Her mit dem neuen Corona-Update. Heute vom 21. Ich habe gerade das Datum nicht aufgeschrieben. Ich nehme aber an, dass heute ist Freitag. Bitte mir den Kalender hängen. Mal gucken mal kurz. Heute am 21. August, also am 21. 28. 2020 zu einem neuen Coronavirus-Update auf meinem Kanal. Wir haben neue Zahlen erhalten vom Lagos, Landesamt für Gesundheit und Soziales. Die melden heute für MV neue Infektionen zahlen. Und zwar fünf Stück. Fünf neue Fälle sind aufgetreten in Mecklenburg-Vorpommern. Damit steckt da die Gesamtzahl auf 989 seit Beginn der Corona-Krise. Und laut RKI sind jetzt aktuell circa 63 Personen an Covid-19 erkrankt. Wo sind die fünf Fälle heute aufgetreten? Zwei Fälle gab es heute im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Damit steckt da die Gesamtzahl auf 164 seit Beginn der Corona-Krise. Zwei Fälle gab es heute in Rostock. Damit steckt da die Gesamtzahl in Rostock auf 140 seit Beginn der Corona-Krise. Und einen Fall gab es im Kreis Nordwest-Mecklenburg. Damit steckt da die Gesamtzahl auf 99 seit Beginn der Corona-Krise. Heute muss kein neues Krankenhaus eingeliefert werden. Es gibt keine neuen Intensiv-Betreuten. Und es gibt auch Gott sei Dank keine neuen Toten zu vermelden. Das hast du schon mal nebenbei mit erwähnt. Also, fünf neue Fälle heute in MV. Bleibt gesund. Folgt mir auf Instagram unter marcolorens-youtube. Ansonsten abonnieren, teilen, abonnieren, teilen. Bis demnächst zu einem neuen Corona-Virus-Update hier auf meinem Kanal. Schön mit Ö. Schön Freitag euch. Euer Marco Lorenz. Tschüss.